Willkommen zu 30 Sekunden Kita-Recht, diesmal mit ein bisschen Werbung in eigener Sache. Gerade ganz frisch erschienen ist die April-Ausgabe der Klein und Groß. Mit unserer Rechtskolumne Sie fragen, die Kita-Rechtler antworten. Unter anderem zu der Frage, was tun, wenn Eltern ihre Kinder verspätet abholen. Haben Kita-Träger hier die Möglichkeit, eine gewisse Nutzungsgebühr den Eltern abzuverlangen, dafür, dass sie ihre Kinder später abholen. Wahlweise auf 15 Minuten, 30 Minuten oder 45 Minuten oder eine ganze Stunde jeweils gestaffelt. In welcher Höhe dürfte das möglich sein und wie am besten man dieses den Eltern auch am Ende beibringt. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der Klein und Groß. Es würde uns freuen, wenn Sie da mal hineinschauen würden. Vielen Dank.